Es geht weiter mit Assassin's Creed Origins, wir machen heute weiter und wollen natürlich noch irgendwas machen. Also ich habe euch ja gerade in der letzten Folge erklärt, dass wir bis Level 35 noch sowieso in dem Quest machen und dann werden wir uns tatsächlich um die Hauptquests kümmern. Und dann werden wir das Spiel auch abschließen. Dann haben wir es auch geschafft. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme-Session, dass wir erst dann mit dem Let's Play durchkommen. Aber das kriegen wir hin. Wie gesagt, das ist nicht mehr so viel. So, jetzt müssen wir, wen müssen wir finden jetzt? Ja, why not? Alter! Also der Einzige, der mir gerade ein bisschen entsorgen hat, ist der komische 35er dabei. Alles andere geht eigentlich noch. Oh, ist noch einer aufgeploppt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach, der hat die selber. Okay. Der hat die selber. So, die Frage ist, kann ich da ein weiteres raten? Wie steht der zu mir? Ist der mit dem Rücken oder mit dem Gesicht zu mir? Das ist halt die große Frage. Oh, Glück hat. Ich glaube, irgendwas blinkt mir da hinten auf. Aber ist egal jetzt. Ich gehe mal hier raus gerade, weil... Scheiße. Das muss jetzt wirklich schnell gehen und musste jetzt schnell gehen. Erledigt. Frage habt ihr... Ja. Ja. Das heißt, ich werde mich jetzt mal gerade ein bisschen anpirschen. Weil, äh... Ich gerne verhindern möchte, dass die Feinde holen, dass die Spieler Verstärkung holen. So, erledigt. So. Da unten ist ja den 30er. Der eine, der kämpft ein bisschen. Aber ich kann mal gerade was baffeln. Da. Ich bin... tschüss so wenn er natürlich ein bisschen verwesen ist kann er gerne jetzt probieren da an die ranzugehen an das ding zu gehen verstärkung zu rufen das wird dem nicht halt so groß gelingen so viel gelingen ich habe es gar nicht gesehen mach doch was du willst ich kann auch genug bei jacke verpiss ich jetzt Das ist ein bisschen, der schlägt jetzt halt so ein bisschen hinterher. Jetzt haben wir ihn! Da bestätigen wir mal kurz den Tod. Die Trubius-Formel haben erledigt. Die Formel wurde benutzt. Ich zerstöre den Bestand des griechischen Feuers. So, wollen wir jetzt... Ja gut, wir müssen jetzt ein bisschen taktischer vorgehen. Ähm, warte mal. Hier ist auch irgendwas. Ja gut, wir müssen jetzt ein bisschen weg. Wir müssen jetzt ein bisschen weg. Wir müssen jetzt ein bisschen weg. war da schon die gefäße so der ist auch geschichte nein ist er nicht weil wir ins feuer gerannt sind aber ich glaube ich habe ich hoffe ich habe ich hoffe ich habe mal ich hoffe das hat gezählt weil ich ihn erledigt habe ich wollte ich habe den eigentlich erledigt so habe ich ihn jetzt oder ich hoffe jetzt ja der 34 lebt noch er ist ernsthaft sie zuerst und fragen dann haupt meine kommandant ich hatte doch getötet und und Das war's für heute. Geht ihr, ihr tötet? wenn sie verworben die mich jetzt beschossen wenn man dann über den mal so gerade ganz kurz mal da ist einer noch sind wir da So. Warte mal, ich muss jetzt gerade gucken, wo wir hin müssen. Denn damit ist auch morgen. Ich verpitzte, wie wir hier. Okay. Jetzt muss ich mich gerade so ein bisschen heilen. Ich wollte jetzt gerade schon wieder raussteigen. Okay. Okay. Jetzt hör mal auf, damit er... Okay. 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 So. So, lass mich raten. Ich habe natürlich jetzt wieder den 34er an Bord. Oder habe ich den jetzt endlich tot? Hier sollte ich vorsichtig sein. Nee, wir haben es alle tot. Okay. Ist mir gerade egal. Ich muss jetzt die scheiß Dinger da machen. Oh. Moinsinn. So, warte mal. Hier muss ich hin. So. Pfff. Sag mal. Wenn ich Feuer angreifen kann, ist das kein Problem. So. du sag alter das war mir fast klar ich krieg grad die modden werden die scheiß falle ausgelöst hat er ist die idiote die drecksfalle ausgelöst hat verreck ich da da oben muss ich ran ok die will ich nämlich zumindest mal aber ich hab zumindest die zwei hauptmänner tot wo muss ich daran da so komm hier Fick dich doch! So, Geschichte. Ja, 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 ja. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. So, waren das jetzt die ersten Gefäße? Ja. Das waren tatsächlich vorher schon die ersten Gefäße. Alles klar. So. Ja, die dauert lange, die Mission. Wie gesagt, das V-Level vom Modal, ich brauche gar nicht auf die Idee zu kommen, erst einen Gegner rauszuholen. Moinsen! Fick dich doch, ey. Hör auf mit der Scheiße! Bayek! Brennen! Ja, Fick dich doch, ey. Diese Drecksdinger! Ja, Fick dich! Tertium! 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 hast du dich gerade jetzt geärgert will ich jetzt ja auch wieder scheiße die zwei noch so darum steht auch noch einer was für eine kräfte aber dann eben neben kraft und dann so eine aufgabe das tut mir selbst in meinem Sinne. So, aber die zweck ja scheinbar gut jetzt müssen wir darüber die werden gerade sich selbst zerlegt zu legen jetzt müssen wir noch mal darüber scheinbar sind die donner nicht zerlegt aber wir haben alle feinde weg das ist das gute aber hier ist einer fall so jetzt haben wir das auch und jetzt machen wir die schnellreise und schließen hoffentlich die quest auch ab also dann hoffentlich bei 34 damit wir dann in der nächsten aufwärme session hoffentlich das ding dann durchziehen kann ich wollte es heute ziehen aber es wurde doch ein bisschen viel ich habe mir jetzt gedacht das war so viel langer braucht aber wir machen es in der nächsten folge nächsten session dann irgendwann fertig und jetzt werden wir erstmal und habe den oder die machen bei betrug ist die aufgabe abschließen und dann haben wir es deswegen ist es manchmal tatsächlich diese aussichtspunkte mitzunehmen oder die punkte mitzunehmen weil du die ja theoretisch noch viele feine getötet und das hat es auch sehr lange gedauert die nummer hast du sie hast du meine formel gefunden ja heute wird die gibt nicht brennen und auch sonst nicht und fällt er er hat sie mir nicht freiwillig gegeben er war ein guter römer aber er hat nie verstanden dass man trotzdem noch ein guter mensch sein kann flavius hat agrippas stolz und ehrgeiz mit dem gerede von imperien genährt ich fürchte der weg den seine anhänger gewählt haben wird vielen den tod bringen am ende ihren eigenen aber du bist ein guter mensch wie trubius ich sah es in deinen worten und taten ich tue mein bestes danke noch mal von sie war du bist ein wahrer beschützer deines volkes zur quest abgeschlossen mit dem feuer spielen und dann sind wir bald 34 soll dann haben wir das nämlich auch weg und dann haben wir was haben wir denn noch wir haben so 35 richtig richtig sehe ich das gerade richtig wir haben jetzt nur 35 wir sind noch nicht mal 34 habe ich da gerade jagdbogen seltenen jagdbogen immer die immer hoch so oh ja oh ja den immer natürlich mit vornherein ein legendärer schild wir haben überhaupt ich nehme ihn gerne mit so küche wir können natürlich mehr fein mehr mehr jahre dings jetzt tragen so jütti wie weit sind wir denn überhaupt wir haben immer noch den schakal offener ja wir haben noch 400.000 auch nicht meine ambitionen wo bis mehr kfp gibt nieder ja das ist auch neben also hier die letzte abwägung das haben wir doch ein bisschen noch mit einem bis zwei level ist wunderbar gut damit sagen mama feierabend wir sehen wir nächsten folge wieder bei let's play ist das das kreativ und das wird morgen 12 wahrscheinlich und dann gucken wir mal was was nächstes hier noch auf wir brauchen zumindest noch eins bis zwei level und dann hätten wir zumindest die aufgabe erledigt dann wären wir zumindest soweit also ich will eigentlich gerne die noch die nehmen diese nebenquests hier machen ja und dann wären wir zumindest mal soweit durch ja viele missionen sind halt noch wir müssen halt ein bisschen gucken dass wir ein bisschen aufpassen gut ich bin dank wir sehen raus heute bis dann tschüss